Die Firma Hörgeräte Bonze besteht nunmehr seit über 60 Jahren und ist ein inhabergeführter Betrieb für Hörgeräte. Wir bieten in über 20 Filialen alle Leistungen zum Thema Hörakustik an. Die Firma beschäftigt derzeit 120 Mitarbeiter, aufgeteilt auf die verschiedenen Filialen sowie die Verwaltung. Telecare bietet uns die Möglichkeit, auch mal vom klassischen Anpassweg abzuweichen. Gerade für bestimmte Kundengruppierungen, wie zum Beispiel privat oder beruflich eingeschränkte Personen, wie auch mobil eingeschränkte Personen, kann man denen in der Anpassung eine Erleichterung schaffen und auch in der Nachbetreuung, die genauso wichtig ist. Hierzu möchte ich gerne einmal eine Aussage eines Kunden wiedergeben, der sich vor Ort wie alle sehr wohl fühlt und auch gerne zum Service vorbeikommt, aber nicht immer zeitlich oder auch beruflich aus beruflichen Gründen Zeit hat, vorbeizukommen. Er findet, dass der Mix aus Offline- und Online-Betreuung die optimale Lösung für ihn ist. Telecare-Termine können sowohl vorher vereinbart werden, wie auch spontan durchgeführt werden. Wenn der Kunde durchruft, schauen wir, ob wir ein Zeitfenster frei haben. Somit können wir eben schnellstmöglich eine optimale Lösung in der jeweiligen Situation bieten und sparen dadurch Zeit und der Kunde spart ebenfalls Zeit. In der Hörakustik sollte man in regelmäßigen Abständen die klassische Anpassung überdenken. Gerade die letzten Monate haben gezeigt, wie schnell sich Bedürfnisse ändern können. Telecare bietet uns die Möglichkeit, kontaktlos, zeitsparend und arbeitsplatzunabhängige Hörsysteme anzupassen. Das hilft uns, Ressourcen zu sparen und die Zufriedenheit des Kunden zu erhöhen. Gerade in der Branche der Hörakustik sind viele mit Neuerungen erstmal sehr vorsichtig. Klappt es am Kunden? Schaffe ich das selber in der Anpassung? Meine Erfahrungen sind, es einfach mal dem Kunden anzubieten und auch einfach durchzuführen. Denn die Kunden möchten gerne helfen und sind auch bereit, neue Methoden auszuprobieren. Also mein Tipp, einfach ausprobieren. Ich denke, dass die Ferneinstellung von Hörgeräten in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird. Die vergangenen Monate haben gezeigt, was technisch alles möglich ist und wie flexibel man reagieren muss. Trotzdem brauchen wir für eine erfolgreiche Anpassung einen Ansprechpartner in der Filiale. Ich persönlich denke, dass die Abstimmung offline in der Filiale sowie online außerhalb eine optimale Möglichkeit für den Kunden bietet. Ich denke, dass die Reklaut von Hörgeräten in der letzten Zeit haben.